Die Anmeldung für den ScienceFam war mega die gute Idee. Die Truppe war auch richtig gut. Man hat die Leute zwar erst beim Workshop kennengelernt, aber hat sich auch noch ein Jahr später wieder getroffen. Präsentieren ist ganz, ganz wichtig. Lernt man alles im Workshop. Und dann geht's auf die Bühne. Quantenphysik. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Zeichenkünste habe ich tatsächlich auch aus dem Workshop entdeckt. Kannst du das eigentlich inzwischen mal? Also ich übe es. Übe es gut. Es bleibt immer was hängen. Vor allem auf der Wäsche rein. Eigentlich wollte ich den Leuten ja zeigen, dass es keine Magie ist, was hier passiert. Das ist echt so Wanderzirkus-Style. Ja, das mit dem Skateboard war so eine Idee, die hatte ich vorher schon mal gehabt und auch mal probiert. Wenn man Argon sucht, ist es ganz schön schwierig zu finden, was sehr selten ist. Vor allem Argon auf einem Skateboard. Noch seltener. Das ist natürlich auch super, so einen ganzen Tag im Theater. Vor allem die Atmosphäre ist schon sehr besonders. Die Musik war mega geil bei uns. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hätte nie gedacht, dass ich bei sowas mitmache. Aber in echt ist es noch viel besser. Also bewirb dich jetzt. Ich weiß Har раз das. Schönebe irgendwie auch. �me doch lustig. Du bist gut. Du bist gut. Ich weiß nicht. Du bist gut. Vielen Dank.